Es wird jetzt dann bereits zu den ersten Überrundungen kommen, der Markus Schade hat die feute Runde in Angriff genommen, der Matteo De Sandre in zweiter Position und die dritte De Sandro Kelly. Der Sandro Kelly und Steine Schweiz. Deutschland, Lugano, Steine Schweiz also, das ist die Dreierfolge von der Wohnorte, von den drei Erstklassierten, am Markus Schade, am Matteo De Sandre und am Sandro Kelly. Sieben Minuten sind vorbei. Der Spitzenfahrer Markus Schade wird jetzt also, wenn er beim Ziel vorbei kommt, dann in seine zweitletzte Runde hineingehen.